Konsequenzen Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit einer weiteren Folge Breached. Ja, wir sind ein paar Tage vergangen, jetzt werden wir uns mal wieder dem Spiel widmen und wir werden mal schauen, dass wir unser Leben retten. Wir haben den achten Tag, wir sind kurz vor dem Tode. Wir haben glaube ich noch für diesen Tag jetzt Essen als Vorrat und mal gucken, wir brauchen auf jeden Fall, ich habe es gestellt, wir brauchen diese Kapseln, gar nicht mal die Ärzte, wir brauchen dringend die Kapseln. So sieht es aus und da hinten haben wir schon wieder eine Anomalie. Und wir machen uns auf den Weg. Ich würde heute gerne mal testen, wie weit wir kommen, wenn wir drei Kapseln besorgen. Ich hoffe, so viele finden wir hier auch. Da ist die Drohne, also eine Anomalie. Hier ist Ditte wieder, das will ich aber nicht. Ich würde gerne eine Kapsel finden. Ich würde heute mal echt Vorlieben mitnehmen mit drei großen Kapseln. Mal gucken, was wir daraus machen können. Und wir sind auf der Suche, wenn wir unser Leben noch retten, oder sind wir schon verloren. Bisher haben wir noch keine Kapseln gefunden, nur diese Ärzte, oder Mineralien, oder was das sind. Und jede Menge Anomalien. Wie ihr hier gerade sehen könnt. Und die bringen uns schon in Probleme hier. Wir können nicht mehr richtig sehen im Moment. Ja, wer von euch spielt in das Spiel noch? Oder hat sich das mal angeguckt? Oder was haltet ihr von dem Spiel? Also ich bin noch ein bisschen, naja, zwiegespalten. Weil irgendwie das hier recht lahm ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich vermute mal, ihr seht es nicht anders. Wir werden mal probieren, dass wir da hochkommen. Weil da sind irgendwelche Anlagen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir da ein paar Kapseln finden. Ansonsten gehen wir heute wohl hier, hopps, vermutlich schon stark. Da ist hier eine schwarze Anomalie. Ja, wie gesagt, haut mir mal eure Kommentare rein, was ihr dazu sagt. So, wir kommen hier irgendwo näher. Wo sind wir? Wir müssen doch schon fast drauf sitzen. Was stört uns denn hier? Wir haben doch hier keine Anomalie in der Nähe, oder? Ah, aber sind wir hier runter? Testen wir mal. Ne, hier kommen wir nicht hin. Okay, wir müssen weiter suchen. Irgendwo war eben aber was. Und es kann nur eine Kapsel gewesen sein. Weil unser Sensor drauf angeschlagen hat. Aber wohin? Nein. Wo kommen wir denn jetzt hier wieder raus, Leute? Oh nie, oder? Ich vermute, wir sind gefangen. Was sind das für ein Scheiß, Leute? Wenn ich schon nicht fliegen kann, dann sollten wir die Steine so gemacht sein, dass man überall rauskommt. Was soll denn der Rotz? Da kommen wir raus, oder? Hier kommen wir nicht raus. Aber das ist ja Mist. So, wir müssen also uns irgendwie auf Standard zurücksetzen. Kann ich ja nicht. Super. Ja, so was nennt man ein duftes, ausgeprägtes Spiel. So langsam hat die Faxen dicke. Ja. Das war ja mal ein kurzes Spiel. Okay. Okay. Oh, nee, ey. Ja, das wird mal wo neu starten. So, Verbindung zu Drohnen habe ich getrennt. Wir müssen noch mal da hin. Dann liest du, ich gehe mal woanders hin, weil die Ecke glaube ich nicht, wenn ich mich noch mal verhast bin und festhängen. Es ist echt ärgerlich sowas. Jetzt sagt er zu müde, super. Wir sterben. So, mal sehen, was jetzt passiert. Ich bin noch hier. Laut Anzeigen ist kein Sauerstoff mehr vorne, aber ich bin während meines Schlafs nicht erstickt. Gibt es einen weiteren Reservevorrat? Bleibt mir noch mehr Zeit? Ja, ich werde Erfolg haben. Es ist nur noch ein wenig. Was ist das jetzt? Okay, wir gehen zur Karte. Was ist das? Hm. Das ist sehr mysteriös. Irgendwie geht hier gar nichts mehr. Bin ich doch tot? Oh Gott. Gut, ich bin dafür, dass wir noch mal eine kleine Runde probieren. Mal was ausprobieren. Ansonsten, ja. Ah, sagen wir es einfach so. Wir sind jetzt einmal gestorben. Sagt mir doch einfach mal, was ihr davon haltet, von diesem Spiel. Soll ich noch eine weitere Runde spielen? Oder sagt er, oh Gott, Berliner, lasst es bitte sein. Ihr seid schon geschädigt genug. Na gut, Leute, ich danke euch jedenfalls für's zu gucken und wir sehen uns dann. Und hören wir uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Runde Breached. Falls ihr eine sehen wollt. Ansonsten kommen demnächst noch neue Spiele. Das kann ich noch voraussagen. Ab, 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 ab dem... Jetzt muss ich mich mal selber überlegen. Ab, also ab nächster Woche sind freitags immer Mal-Rin-Kicken-Folgen, wo ich neue Spiele vorstelle. Jede Woche wird dann immer um, ähm, freitags um 16 Uhr eine Folge erscheinen. Auch mit einem neuen Bewertungssystem. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, ansonsten sag ich erstmal, tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal, euer Berliner. Wenn ihr wollt, lasst einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten tschö mit Ö, euer Berliner. Deine Ahnung.